Ja, moin zusammen. Ich bin's mal wieder. Heute mal wieder live aus Flensburg. Die FFG macht wieder eine Panzerprobefahrt hier mit ihren Geräten. Tja, wo der wohl hingeht, der Panzer, hm? Nicht schlecht. Dem Streckenverlauf zwei Kilometer folgen. Ja, das ist mein Navi. Eigentlich wollte ich woanders hinfahren, aber jetzt muss ich dem Panzer nachfahren. Aber ich glaube, ich biege hier ab. Aber ich glaube, ich biege hier ab.